Musik 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 So Leute, Kühlschrank auf. Heute gibt es Lachs und Thunfisch. Den Lachs machen wir in die Schale. Da machen wir jetzt einmal ein bisschen Olivenöl rein. Kommt da natürlich auf den Grill. Und Oliven kommen da rein. Gerne auch immer ein bisschen Flüssigkeit von den Oliven von den Oliven. Zitronenscheiben kommen da rein. Die Tomaten kommen da rein. Und das Ganze pürzen wir jetzt noch einmal unten und mit Salz und Pfeffer. Jetzt kommt die Fische rein. Lachs. das und das würzen wir jetzt auch noch mit Salz und Pfeffer. Und das kommt dann auf den Grill. so. So. Dann auch nochmal ein bisschen Olivenöl. das und stecke ich mit Folie ab. und den haben wir jetzt noch eine Scheibe eine Scheibe Tomfisch. Wie gesagt, wir machen heute zwei Leifisch. Und das werde ich nur ganz kurz anbraten. Einmal links, einmal rechts. Versalzt drauf. Und das war's. So. Wo bist du denn? Hä? Ah, hallo. Hier seid ihr. So. Vorgewärmt haben wir das schon. Das ist einfach nur unten reingelegt. So. Und wie gesagt, Thunfisch. Das werde ich dann erst machen, wenn der Lachs fertig ist. Das wird jetzt fertig sein hier. Das stellen wir einmal zur Seite. Ziemlich. Aufsatz hier runter. Aufsatz hier runter. einstreichen. Damit das nicht backt. So. Guck mal, ob ich ihn gedreht kriege. Alles gut. Der ist von innen roh. Der ist nur auf beiden Seiten einmal, äh, angebraten. Oder angegrillt. So muss das sein. So muss das sein heute. so. 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 So.